Jetzt nimmt der Protest gegen Till Lindemann und Rammstein möglicherweise krasse Ausmaße an. Das Büro der Band in Berlin soll attackiert worden sein. Rammstein. Angeblicher Angriff auf Büro in Berlin. Seit Wochen gibt es Schlagzeilen rund um Till Lindemann, 60, und Rammstein. Nach den angeblichen Erfahrungen der Irin Shelby Lynn während eines Konzerts der Band in Litauen meldete sich weitere Frauen und schilderten ihre angeblichen Erlebnisse. Viele Außenstehende solidarisierten sich mit den Frauen. Einige Prominente riefen sogar eine Spendenaktion ins Leben, um sie bei möglichen Anwaltskosten zu unterstützen. Zusätzlich gibt es bis heute viele Proteste gegen die geplanten Konzerte von Rammstein in Berlin Mitte Juli. Und die nahmen nun allem Anschein nach heftiger Ausmaße an. Angebliches Bekennerschreiben im Netz aufgetaucht. Wie die Bild erfahren hat, soll das Gebäude in Berlin, in dem Rammstein bzw. die Rammstein GbR, seinen Firmensitz hat, attackiert worden sein. Demnach sei es zu einem Polizeieinsatz gekommen, Scheiben seien eingeworfen worden, auch von Farbschmierereien ist die Rede. Was genau hinter der Attacke steht, ist bislang nicht offiziell bekannt, auch ein Zusammenhang zu den Vorwürfen gegen Till Lindemann wurde von offizieller Seite noch nicht bestätigt. Dennoch soll die Polizei von einer politisch motivierten Tat ausgehen. Der Staatsschutz ist informiert und hat übernommen. Berichtet die Zeitung. Dabei ist auf der Seite kontrapolis.info dafür nun ein Schreiben aufgetaucht, in dem sich die angeblichen Täter zu der Tat bekennen. Die Seite beschreibt sich als eine offene Nachrichten- und Debattenplattform für den Raum Berlin. In dem Statement heißt es unter anderem In der Nacht auf den 26. Juni haben wir den Firmensitz von Rammstein in Berlin-Reineckendorf angegriffen. Die Frontscheiben wurden eingeschlagen. Und unter dem hässlichen Rammstein-Logo steht nun größer als größer als keine Bühne für Täter kleiner als kleiner als. Außerdem wurde dazu aufgerufen, die geplanten Konzerte von Rammstein, zu stören, zu sabotieren oder zu verhindern. Ob die anonyme Splittergruppe wirklich dahinter steckt, ist nicht offiziell bekannt.